Fah- 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 Mocker, Fa- Fah-41-Fah- Mocker, Fah- Fah-Fah- Mocker Hobs- und herzlich willkommen bei mir aus dem Konol. Heute geht es nur ein kurzes Video, und zwar ein Video über ein Video. Das zweite YouTuber-Treffen, das Bavarian YouTuber-Treffen, ist da heute auf zu lachen. wir haben festgestellt, dass von ein Video über ein Video dass von dem bayerischen YouTuber Treffen von vier Leuten zwei Bayern sind und der Rest ist da haben wir einen aus Hanover und da haben wir einen aus Zefen kennt irgendwer Zefen von euch? ich nicht ja und da haben wir natürlich unseren Stefan im Gegenlicht, Lichtgestalt ziemlich dunkel, aber ist egal sicherlich Stefan kann rechts wie links ja wir haben jetzt gerade Weißwürst gegessen das habt ihr ja schon gesehen und das Video, um was es geht sicherlich, alkoholfrei natürlich weil wir alle nur fahren, außer ich und wir haben ein irres Chaos hinterlassen, die Küche schaut aus wie Hölle, aber meine Frau ist eingekaufen und die kommt bald wieder und kann sauber machen ja genau hoffentlich sieht sie es nicht ja auf dem Kanal 404 Volt wird das veröffentlichtes Video oder von dir? ne passt schon aber wir kündigen es an genau und wir kündigen es an ich weiß nicht wann er fertig ist wir setzen ihn gar nicht unter Druck das Video kommt heute live raus und ich hoffe, dass heute Abend das andere Video kommt Stefan, mach doch mal ich will euch bloß zeigen, wie es ausschaut wie es halt so ausschaut bei uns also wir haben folgende Kameras hier eine Canon hier noch eine Canon noch eine Canon noch eine Canon mit dem iPhone da steht das genau da steht das der mit dem Schwert nicht der mit der Planose und wir filmen hier quasi im Canon ja genau also viel Spaß beim Anschauen und wenn nicht, dann nicht genau also ich drehe die Erde noch mal kurz jawohl das war es schon ganz kurzes Video Servus sagt locker euer Fokker Peace und ihr ja Metallurgie war es bloß vorhin haben wir es doch hingekriegt oder? dass eben ja jetzt muss es umlaufen Technik wenn man sie nicht auskippt sondern dann Vielen Dank.